hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play castle vignette 4 und wir gehen jetzt wirklich diese schöne tropsteinhülle ist doch cool ja machen wir das wird noch wieder diese idioten die sich teilen und ledermäuse du bist schwer er konnte man nicht ja nicht einfach nur durchgehen oder so wie ich gesagt habe oder auch nicht doch da habe ich mich damit gemacht hat man noch gesehen ja ich glaube hier gab es was aber die fallen runter das hätte mir auch wer sagen können kreuz cool bleibt mit dir lief gut skeletten Ficker. Äh, nee. Hier wieder langsam durchgehen. Ja, die Nerven. Da bin ich gleich durch, oder? Komm mir so vor, als ob das gleich das Ende wäre hier. Also, das hätte durchgehen sollen einfach. Aber nein. Ah, schon wieder die kleinen Teile getroffen. Super. Stirb, stirb, stirb. Wow. Da war viel Flammen. Oder ist das immer so? Ist mir das noch nicht aufgefallen? Na, egal. So, jedenfalls die Tropsteinhöhle ist zu Ende. Cool. Kommen wir hier hin. So, und so. Kann man die Flammen gar nicht mehr töten? Ich weiß es nicht. Ich würde es aber gern wissen. Ich probiere es bei denen hier mal aus. Wenn ich denn eine treffen würde? Ne, anscheinend nicht. Egal. Es geht doch so. Man kann ja nicht alles haben. Und weiter. Und weiter und Pupp und Tepper. Boing, boing. Stürb. Wow. Yeah. Was auch immer das grad war. Es macht mir Angst. Ich brauch Energie. Beef brauche ich. Ich brauch Beef. Ne, das reicht nicht. So. Stürb. So, tot mit dir. Oh. Oh, ne. Wann? Jetzt. Und Sprung und... Gut. So will ich das hin. Ich hab viel zu viele Herzen. Muss unbedingt welche verbrauchen. Yeah. Geil. Das war sinnhaft. Oh. So. Hoch und... Sprung. Super. Boah. Ich hab echt viel zu viele Herzen. Will ich da hin? Nein. Obwohl. Ne, will ich nicht hin. Mein Kreuz ist viel besser. Ja, ich bin hier durchgekommen. Cool. Noch ein Gebiet. Drei Gebiete in einem Level. Das ist hart. Mölocs. Was ist das für Musik? Gott, oh Gott. Wow, was bricht da ein? Äh, da fallen Kisten und... What the fuck? Fuck. Okay. Und da hat einer weggespritzt. Irgendwas. Oh, ich kenn ich. Oh, ich kenn ich. Und Gäste, wenn ihr eins warst, du fies. Bist du hier auch noch fies? Ja, du bist hier fies. Ah. Oh, cool. Wenigstens droppt er noch genauso viele Items wie damals. Obwohl ich die nicht brauche. So. Ich erwische dich damit. Essen. Es gibt Fressen, Junge. Spuck nicht. Oh, cool. Ja, das ist die beste Möglichkeit, die zu erwischen. Ah, verarschen kannst du mich selber. Kann ich mich selber. Äh, du mich auch. Ah. Wow. Du machst mir Angst. Weg mit dir. Wow. Wow. Schnell durch. Ich will nicht getroffen werden. Ich will hier durchkommen. Oh. Was habe ich gerade gesagt? Oh, du warst. Du warst fies, ganz ehrlich. Du warst richtig fies. Herzlichen Glückwunsch, dass ich mich umgebracht habe. Cool. Jetzt muss ich die blöde Musik nochmal hören. Mach das Spiel blöde Musik. Aber das kenne ich ja nicht von Kesselbänja. Oh. Wir erwischen mich irgendwelche Betten, die von oben runterfallen. Ah, Kreuz wieder. Es ist cool, wie auch das Kreuz in diesem Spiel ist. Ganz ehrlich, das ist cool. Gut gemacht. Weil das System ist super. Jetzt wirst du wieder so weggehauen. Nnennennennennennennennennennennen. Cool. Dann gibt es wieder ordentlich Herzen. Diesmal brauche ich es auch vielleicht. Ja, das habe ich gebraucht. Essen brauche ich mehr. Ah, stopp. Nein, 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 nein. Das muss so bescheuert aussehen. Es sieht so bescheuert. Oh, ich dachte, hm. Oh, wieder hier. Ich hasse dich. Und oh. Ja, das ist blöd. Das ist sehr blöd. Jetzt rasche ich hier mal durch. Das fallen wieder die ganzen Betten runter. Wer schmeißt die... Spaß. Spaß für mich. Aber wahnsinnig. Anscheinend wenn ich da oben lang jetzt fallen so komische Sachen runter, deswegen gehe ich hier unten auch. Boah. Boah. Ganz ehrlich. Wer schmeißt die da runter? Ich muss schneller sein. Ich hasse diese Saugen. Und ich hasse das Level allgemein. Ich bin gerade schon irgendwie die Zerbe... Genau. Ich wollte... Kann man auf die Zerbe raufspringen? Ja. Wenn man oben gedrückt hält, dann kann man auf die Zerbe raufspringen. Da leider nicht irgendwie. Oh. Bin ich blöd. Ja, eindeutig. Ich mach sowas zweimal. Ich bin cool. Yeah. Nee, eigentlich nicht. So. Jetzt gehen wir hier hoch. Und das. Spring in seinen Feuerball rein. Natürlich. Aber wenigstens gibt es ja ein bisschen Energie. Stöp, stöp, du. Asi. Stöp, du. Asi. Na. Wie hat er mich jetzt erwischt? Und die Hälfte der Herzen fällt runter. Cool. Und ich hab ein Messer. Das läuft gerade so perfekt. Nee, ich... Wow. Ich mein, ich hab ein Messer. Was soll ich damit anrichten? Außer sterben. Mich selber. Ich sterbe mich selber. Oh, das ist ein cooler, das. Äh. Oh. Hm. Game over. Oder game over. Oh, na na. Schade. Schade, wo hab ich so viel Leben her? Aber es stört mich grad nicht. So. Jetzt gehen wir hier durch. Da fällt eine Küste. Da fällt noch eine Küste. Da fällt noch eine Küste. Und jetzt sind wir hier. Ja. Ich bin einfach weg hier. Ganz ehrlich. Ich bin einfach weg hier. Oh, der trifft mich. Warum bin ich immer wieder so blöd? Stirb. Okay, nochmal. Oh, ho. War so sinnlos. Stirb, 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 stirb. Oh, meine Zeit ist fast um. Okay. Dann sag ich mal. Ja, Messer eingesammelt. Egal. Blark.